Du hast 150 Kilo. Du hast einen Körperfettwert von über 50 Prozent. So, und du erzählst mir die ganze Zeit, dass du dafür nicht die Verantwortung tragen kannst, weil die Industrie dich verarscht und du Sachen kaufen musst, die dich krank machen. Ist das richtig? Überall ist McDonalds, wenn du unterwegs bist. Wer zwingt dich in den McDonalds zu gehen? Wirst du da reingezogen? Nehmen die dich an den Haaren und ziehen dich rein und stopfen dir den Burger rein? Eigentlich schon. War es eigentlich schon. Ich bin unterwegs. Du bist unterwegs und kannst nichts mitnehmen. Also deine Gene sind schuld und der McDonalds ist schuld, dass du dich zu Hause Sachen richten kannst. Bist du sicher? Bist du ganz sicher? Was bleibt dir anders übrig? Was bleibt dir anders übrig? Verantwortung zu übernehmen. Hast du einen Führerschein? Ja. Hast du einen Job? Ja. Okay, darfst du wählen gehen? Ja. Hast du Kinder in die Welt gesetzt? Zwei. Okay, super. Und du kannst aber nicht entscheiden, dass du dich gesund ernähren kannst. Das kannst du nicht. Ja, ich will ja, aber es bleibt mir anders übrig. Du willst ja. Du willst gar nichts. Sonst würdest du dich gesund ernähren. Du bist ja nicht im Klaren, welche Verantwortung du eigentlich hast. Das ist dir gar nicht klar. Wenn du 1,80 Meter unter der Erde liegst, du hast es weg. Du hast die Ruhe weg. Und was macht dein ganzes Umfeld? Das hat ja noch Zeit. Was machen deine Kinder? Naja, die hat keine Zeit mehr. Überhaupt nicht. Bei 50% Körperfett hat es überhaupt keine Zeit mehr. Du hast diese rote Alarmglocke noch gar nicht gesehen. Es ist wirklich kurz verknappt. Du hast über 50% Körperfett, mein Freund. Herzinfarkt steht bei dir in der Tür. Du hast einen Blutdruck. Der ist von 160 zu 130. Hallo? Und du nimmst Blutdrucktabletten. Ist dir klar, was dabei ist? Du hast einen Ruhepuls. Wir haben es vorher gemessen. Und Ruhepuls sind fast 100. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Und du verstehst es nicht. Was mir ein Rätsel aufgibt ist, du bist jetzt schon zum zweiten Mal da. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Und ich kann tun und lassen, was ich will. Es ist für mich ein furchtbares Szenario, wenn ich jemanden wie dich sehe. Ey, du bist 33 Jahre alt. Du hast dein ganzes Leben lang noch vor dir. Du schaufelst dir gerade ein Grab und sitzt mir gegenüber so völlig entspannt. Ich kann nichts dafür. Was soll das? Warum bist du hier? Ich lebe nicht von deiner Kohle. Die Kohle, was du mir gesagt hast, davon lebe ich nicht. Sondern es geht hier bei dir, es geht um Leben und Tod. Und dir ist das egal. Ich habe schon noch ein paar Jahre viel. Du hast schon noch ein paar Jahre. Das kann bei dir jeden Augenblick Klick machen. 70, 80. Mit dem Körperfettwerk, was du hast, kannst du, wenn du 70, 80 sagst und du wünschst, du möchtest gerne 80 Jahre alt werden, kannst du vorneweg 20 bis 25 Prozent auf jeden Fall abziehen. Die sind weg. Das heißt, wenn du überhaupt das 60. Lebensjahr erreichst, kannst du froh sein. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Willst du irgendwann mal mit deinen Enkelkindern spielen? Ja. Das wirst du so niemals können. Wenn du so weitermachst, dann bist du in 10 Jahren, hast du 180 Kilo. Du wirst dich nicht mehr bewegen. Du wirst einen Rollstuhl brauchen. Und du willst mit deinen Enkelkindern spielen. Wie willst du das machen? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wach endlich mal auf. Denk endlich mal drüber nach, was du tust. Du isst morgens zum Frühstück, isst du vier Croissants. Hallo? Und du denkst, das ist normal. Ich habe morgens Hunger auf Croissants. Ja, natürlich hast du Hunger. Warum isst du nichts Gesundes? Du bist zum zweiten Mal hier. Was? Es schmeckt nicht. Es schmeckt nicht. Es muss also alles nur schmecken. Essen ist Genuss für mich. Essen ist Genuss. Das ist der einzige Lebensluxus, was du noch hast. Ist das der einzige? Deine Kinder hasst du nimmer lang. Und deine Frau wahrscheinlich auch nicht. Wenn du so weitermachst, das funktioniert nicht. Wie sollen wir weitermachen? Wie sollen wir weitermachen? Was hast du von Anspruch an mich? Du machst mir einen Plan mit dem, was ich gerne esse und dann... Ich mache einen Plan mit dem, was du gerne isst. Denkst du, dass wir dann tatsächlich deinen Körperverwert runterkriegen, dass wir deine Gesundheit retten? Mit einem Plan, den ich machen soll, das du gerne isst. Was denkst du eigentlich? Alter, das ist grausam. Das ist grausam, was ich von dir höre. Das tut mir weh. Ich kann jetzt auch mal ein bisschen einen Gang runterfahren. Einen Gang runterfahren. Einen Gang runterfahren. Ich lebe nicht von deiner Kohle. Deine Kohle kannst du dir schenken. Brauche ich nicht. Sondern mir geht es darum, dass ich Leben retten kann. Und du lässt dir nicht helfen. Du hast überhaupt keinen Bock, dir helfen zu lassen. Also, Kollege... Ja, klar. Ich bin jetzt sicherlich pädagogisch nicht wertvoll, was ich da gerade mache. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas nutzt, dir weiterhin Zuckerbrot zuzuschieben. Das nutzt dir überhaupt gar nichts. Du bist zum zweiten Mal da. Du hast mich beim ersten Mal schon verarscht. Du hast mir jedes Mal, wenn du da warst, hast du mir die Handgeber gesagt, endlich änderst du was. Du hast nichts geändert. Überhaupt nichts. Gar nichts. Null. Ich esse nur noch vier Croissants. Du esst nur noch vier Croissants. Du machst dich auch noch lustig. Alter, ich werde verrückt. Für mich dieses Gespräch ist für mich echt ein Albtraum. Ein absoluter Albtraum. Hör zu. Du hast jetzt noch eine Chance. Das ist deine letzte Chance, die ich dir gebe. Das ist deine allerletzte Chance. Nimm die Chance. Nimm sie wahr. Oder lass es einfach sein. Sag jetzt, ich nehme sie wahr. Oder sag, ich habe auf dich als Berater überhaupt keinen Bock mehr. Such es dir raus. Ich muss so nicht weitermachen. Ich muss so nicht weitermachen. Willst du Hilfe, ja oder nein? Schaffen wir das überhaupt? Ob wir das schaffen? Ich weiß, was du tun sollst. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Das weiß ich 100% sicher. Nur, ob du den Mindset dazu entwickelst, das weiß ich nicht. Weil deine Körpersprache im Moment gerade sagt, leck mich am Arsch, sagt deine Körpersprache. Mir. Du willst mir sagen, du willst dir helfen lassen, aber deine Körpersprache spricht ganz andere Bände. Die Frage ist, siehst du gerade, wo du stehst, dass du schon bis hier in deinem Grab stehst? Siehst du das überhaupt? Siehst du nicht? Ich werde dir jetzt noch die letzte Chance geben. Ich mache das jetzt nochmal. Und wir werden uns in Zyklen von zwei Wochen treffen. Und wenn du in zwei Wochen nicht jedes Mal zwei Kilo abgenommen hast, bist du raus. Ich muss dich nicht beraten. Verarschen lassen muss ich mich nicht.